Hi Chris ist wieder da und ja ich zeige euch heute mal etwas ganz interessantes und zwar es könnte um die nächste Season schon gehen, Season 4 beziehungsweise mit Season Update Season 3 und zwar haben wir da etwas gefunden gerade, wo ein kleiner Bug drin ist und ich möchte eigentlich gerne zeigen, das ist recht komisch, vielleicht ist da meine Verbindung dann irgendwann mal von einer Seite der Map zur anderen und wir starten da rein und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video bei uns die Uhr tickt, begib dich zum Ziel Oh ich befassen Feindliche Drohne über uns Nein, 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 ich bin wieder rausgefallen Oh f**k Nicht K.O. Wo bin ich noch, oder? Bewegt dich endlich Kopfgeld Ziel identifiziert, bringt das Schwein zur Strecke Markierung der Zielposition Da oben war ohne, der was nachwechsgesnipert hat Nicht K.O. Nicht weg Wir können weitermachen Das war gut gewesen, war fast so Ich übernehme der Steuer War fast Das ist nur ein kleines Stück, wo fehlt Ich bin wieder Mit Allegri Dein Das ist nur ein kleines Stück Wo Der Wer Wo Du Das ist schon krass das was wir da gefunden haben und ich bin gespannt wie das da weitergeht aber jetzt schauen wir noch ein Framework weil ich glaube da war es richtig cool wenn die Schmerzen aufhören Links unten ist noch einer Da ist noch einer Es sind weniger als 10 Feinde übrig Ich bin unterwegs Da ist noch keiner Ok ich für uns ist gut für uns Das Gas nähert sich dir weiter 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 Das Gas verbreitet sich schnell in die neue Sicherheitszone Die Zone Wir sollten zur Sicherheitszone Panzerabwehrmine scharf Wir sind in den Tunnel rein der kommt zurück Ja kommt schnell her Sehr nice Wir müssen nach vorne raus ne 29 Meter links Wir sind in den Tunnel Nice GG Sag doch es geht Wir sind in den Tunnel Wir sind in den Tunnel Wir haben keine Smartpass so ja es war cool dann wirklich noch ein win of repuff zu holen und ich bin gespannt wie das mit dem mid season update oder ob das dann mit season 4 kommt mit dem tunnel system das wird interessant wir bleiben dran und schauen wie das weitergeht waffenklasse wo ich gespielt habe das jetzt hier sind einmal danke fürs durchschauen bis zum nächsten video gerne abonnieren und liken und bis zum nächsten mal